Leider gehen nur 20% der Männer regelmäßig zur Vorsorge. Dabei gilt für alle Krebserkrankungen, je früher ein Karzinom entdeckt wird, desto höher sind die Heilungschancen. Ab welchem Alter Sie die Krebsvorsorge beim Urologen wahrnehmen sollten und welche Untersuchungen Sie dort erwarten, erfahren Sie im folgenden Video. Guten Tag, mein Name ist Holger Gerullis und ich bin Facharzt für Urologie in der Klinik am Ringen Köln. Urologische Tumoren bereiten im Frühstadium meist kaum Beschwerden und werden daher ohne eine regelmäßige Vorsorge häufig lange Zeit nicht erkannt. Die urologische Vorsorge des Mannes umfasst grundsätzlich die Untersuchung auf bösartige Erkrankungen der Prostata, der Nieren, der ableitenden Harnwege und Harnblase, der Hoden und des Penis. Zunächst erfolgt ein ausführliches Anamnesegespräch, in dem mögliche Beschwerden, Risikofaktoren, mögliche Krebserkrankungen in der Familie sowie Lebensumstände besprochen werden. Anschließend erfolgt eine körperliche Untersuchung, bei der insbesondere die Genitalien, also Hoden und Penis, untersucht werden. Außerdem werden die Leisten nach auffälligen Lymphknoten untersucht. Vom Enddarm wird die Prostata abgetastet und auf mögliche Verhärtungen oder andere Auffälligkeiten überprüft. In einer kompletten ausführlichen Ultraschalluntersuchung werden alle Organe des Urogenitaltraktes untersucht und bei gegebenenfalls auftretenden Auffälligkeiten weitere Untersuchungen eingeleitet. Weiterhin ist die Bestimmung des PSA-Wertes im Blut ein wichtiger Bestandteil der Vorsorgeuntersuchung. Bei Patienten mit Prostata-Krebs ist der PSA-Wert meist erhöht. Einen klaren Normalwert für alle Altersgruppen gibt es nicht, da die PSA-Produktion unter anderem von der Prostata-Größe abhängig ist. Bei Werten über 4 Nanogramm pro Milliliter sollte der Test zunächst wiederholt werden, da der Wert durch zum Beispiel vorheriges Radfahren, Geschlechtsverkehr, vorangegangene Tastuntersuchungen verfälscht sein kann. Weiter abklärende Maßnahmen sollten erfolgen, wenn der PSA-Wert in mehreren aufeinanderfolgenden Messungen über 4 Nanogramm pro Milliliter liegt oder wenn er in mehreren aufeinanderfolgenden Messungen stetig ansteigt. Die allgemeine Empfehlung für den Beginn von Früherkennungsuntersuchungen bei Männern ist das 45. Lebensjahr. Bei Patienten mit erhöhtem Risiko für ein Prostatakarzinom, wie zum Beispiel bei familiärer Häufung oder erstgradigen Verwandten mit Prostatakarzinom, bereits das 40. Lebensjahr. Sie sollte jährlich durchgeführt werden. Wenn Sie mehr über die urologische Früherkennung erfahren möchten oder eine urologische Vorsorgeuntersuchung wünschen, vereinbaren Sie einfach einen Termin hier bei uns in der Urologie in der Klinik am Ringen Köln. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017